iPhone? Sieht aus wie ein iPhone. Naja, fast. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, ich habe hier zwei Geräte in der Hand. Das eine ist mein iPhone 10, das andere sieht auf den ersten Blick fast auch aus wie ein Smartphone, ist aber eine Powerbank und zwar kommt die von der Firma HOKONUI und die hat einige Features, die ich richtig toll finde und auch so eine Funktion, die ich so noch nie gesehen habe und deswegen schauen wir uns die Powerbank hier mal etwas genauer an. Erstmal vom Design her, also wenn die irgendwie so rumliegt bei euch. Ich habe schon so oft zur Powerbank greifen wollen, als ich hier mein iPhone eigentlich holen wollte. Die sieht schon sehr vom Format und von dem glänzenden schwarzen Look hier aus, als wäre das Ding ein Smartphone. Ihr seht es, mit allen Vor- und Nachteilen, es sieht sehr, sehr schön aus, aber man sieht auch ganz hervorragend hier jeden Fingerabdruck auf der glänzenden Oberfläche. Dann haben wir hier einmal das Branding HOKONUI und wir haben ja hier so einen Blitz, denn das hier ist ein Qi Wireless Charging Gerät. Das heißt, man kann hier sein iPhone oder auch ein anderes Gerät, das Qi unterstützt, kabellos laden. Natürlich gibt es auch ganz normale Anschlüsse. Einmal einen normalen USB-Anschluss, der einen Output hat von 5 Volt und 2 Ampere maximal und dann nochmal einen Power-USB-Anschluss, der maximal 5 Volt, 9 Volt oder sogar 12 Volt rausdrücken kann. Auf der nächsten Seite finden wir einen USB-C-Anschluss, mit dem kann unter anderem die Powerbank auch geladen werden. Man kann aber auch hier mit Geräte aufladen über USB-C und das richtig flott. Dann haben wir hier noch einen kleinen Button, den zeige ich euch gleich. Unten haben wir nichts und auf der anderen Seite haben wir auch nichts, aber hier habe ich noch so einen kleinen Schieber. Wenn ich den mal aufschiebe, dann haben wir hier quasi einen Smartphone-Ständer und können dort unser Telefon reinstellen. Das habe ich so noch nie gesehen. Und dann kann man zum Beispiel hier ein Video schauen und dann gleichzeitig mit dem Kabel dann eben das Smartphone aufladen. Ist eine interessante Sache. Habe ich wie gesagt so noch nie gesehen, aber hey, wieso nicht? Kann man doch schön so integrieren. Also ein eingebauter Smartphone oder Tablet-Ständer ist hier eben auch noch mit dabei. Aber das eigentlich Interessante ist ja hier das Aufladen. Wir haben hier den kleinen Knopf, wenn man den drückt, dann bekommt man hier über diese Anzeige nochmal angezeigt einmal den Ladezustand und hat dann immer den guten Überblick. Das ist auch eine sehr elegante Lösung, wie das hier so eingebaut wurde. Gefällt mir von der Optik her echt gut. Und das Wireless Charging, das klappt auch 1A. Ihr seht, ich lege mein iPhone drauf und es beginnt sofort zu laden. Trotz Hülle maximal 6 mm Abstand muss hier dazwischen sein, damit das Ganze funktioniert. Und das Wireless Charging hier, das geht auch richtig flott. Ich habe hier mal meine kleine Messung gemacht und habe mein iPhone aufgelegt, mein iPhone 10 mit 21% Restladung. Und nach einer halben Stunde hatte ich schon 40% und nach 60 Minuten hatte ich schon 60% Ladung wieder drin. Und das ist für Wireless Charging echt eine flotte Sache. Und der Hersteller gibt an, dass man das iPhone 10 hier dreimal aufladen kann mit dem, ich habe es noch gar nicht erwähnt, 10.000 mAh großen Akku, der hier drin ist. Ein Lithium-Ionen-Akku. Hier hinten haben wir nochmal die ganzen Daten drauf. Wireless Fast Charging Powerbank. Also die lädt dann das iPhone mit 7,5 Watt auf und kann dann andere Geräte bis 10 Watt aufladen. 10.000 mAh groß. Dann haben wir einmal Input Mikro Typ C, also Typ C-Anschluss mit maximal 18 Watt gehen hier rein. Und auch maximal 18 Watt können hier ausgegeben werden. Und wenn man die ganze Powerbank hier auflädt über den USB-C-Anschluss, dann bekommt man die in knapp 4 Stunden, also 3,5, 4 Stunden nochmal vollgeladen. Und das ist hier für 10.000 mAh eine richtig flotte Sache. Natürlich müsst ihr einen Charter und ein Ladegerät noch dran packen, dass eben auch mindestens mal die 18 Watt Leistung raushauen kann. Ich habe es hier mal ausprobiert und habe mal die Powerbank geladen über so einen USB-C-Anschluss. Habe die angeschlossen mit 42% und die war nach 2 Stunden und 20 dann auf 100% wieder voll aufgeladen. Das alles sind Werte, wo ich sage, das ist eine richtig gute Leistung, die hier gebracht wird. Und vor allem Quick Charge 3.0 Unterstützung, wenn ihr ein Gerät habt, das hier richtig das schnelle Aufladen unterstützt, dann hängt ihr das hier an die Powerbank dran. Und dann geht das ratzfatz. Und ich sehe gerade, ich habe vorher noch einen Anschluss euch unterschlagen. Hier ist auch noch ein Micro-USB-Anschluss mit dran. Da kann man also auch ein normales Micro-USB-Kabel anschließen, um die Powerbank aufzuladen. Also über Micro-USB aufladen, über Typ C aufladen. Am allerbesten geht am schnellsten. Und der Output kommt über den Typ-C-Ausgang oder über die beiden USB-A-Ausgänge. Coole Powerbank mit einer interessanten Funktion, einer sehr, sehr schönen, edlen Optik. Zumindest, solange man nicht allzu viele Fingerabdrücke drauf sammelt. Aber die sieht echt toll aus. Fühlt sich gut an. Ist hier alles, ja ich würde mal sagen, Kunststoff hier rundherum. Und hier, das fühlt sich an wie eine Glasoberfläche. Also wie so ein Display-Schutzglas, würde ich sagen, ist hier draufgepackt. Fühlt sich also echt schick, hochwertig und edel an und lädt das Gerät absolut flott auf. Also ich bin total begeistert hier von dem Gerät. Eben weil das Wireless-Charging hier dabei ist, ich mein iPhone hier ganz einfach aufladen kann. Und das auch richtig flott, auch unterwegs. Und ja, wenn es noch schneller gehen soll, dann packt man hier eben ein Kabel dran. Und bei Quick Charge pumpt man sein Gerät dann ratzfatz voll. Also, richtig tolles Teil. Mir gefällt es super gut. Sehr ästhetisch, sehr praktisch und richtig schnell. Sowohl beim Aufladen als auch beim Aufgeladen werden. So Leute, das war genug Lobeshymne auf eine echt, echt schöne Powerbank hier von Hoko Nui. Wenn auch ihr jetzt Bock auf das Gerät bekommen habt, ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung. Wie immer kostet so um die 35 Euro. Und für das, was geboten wird, ist das ein echt fairer Preis meiner Meinung nach. Also, das wäre es gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer MieAppleCat. Ach Gott, jetzt muss ich hier doch nochmal drüber wischen. Na egal, aber erst aufladen.